Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy 9. Wir sind in der Nähe, wie gesagt, bei der Hochburg Ibsen und ich glaube wir werden gleich mal reinschauen. Sollten wir bereits zu schwächlich sein, werden wir in diesen einen Ort zurückreisen, den wir beim vorigen Bad besucht haben, wo uns dieser komische Drache da, dieser Wurm, fertig gemacht hat und werden dort trainieren gehen einfach. Jawohl. Also, Level. So. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. So. Ja? Ja. Ist das die alte Hochburg, von der Hilda sprach? Na, das sind Stufen. Sieht irgendwie komisch aus, dieses Schloss. Fast so, als würde es auf dem Kopf stehen. Also. Drei kommen mit mir ins Schloss und der Rest wartet hier. Abgemacht? Jawohl. Hey, Zedane. Hm? Was liegt an, Margot? Deine Sachweise der Dinge leuchtet mir nicht ein. Immer behandelst du, immer handelst du im Einklang mit anderen. Ich habe mich stets alleine durchgeschlagen und kann darin auch keinen Nachteil erkennen. Ich beobachte dich nun seit einiger Zeit, aber den Sinn in deinen Handlungsweisen erkenne ich nicht. Was willst du damit sagen? Ich möchte herausfinden, wer für uns beiden recht hat, wessen Sicht und Handlungsweise die bessere ist. Hier also soll sich der Schlüssel befinden, um das Siegel zu brechen? Dann lass uns ein kleines Wettrennen machen. Wer ihn zuerst findet, versteht sich von selbst, dass ich alleine gehe. Margot, was bezweckst du mit diesem Schwachsinn-Kerl? Halt dich da raus, Alter. Ah, aber... Hm, ganz schön verzwickte Lage. Ich lass ihn einfach gehen. Meinetwegen. Ich weiß zwar nicht genau, was du damit bezweckst, aber wenn du es unbedingt zu haben willst, na schön. Seh mal einer an. Du bist ja vielleicht doch nicht so auf den Kopf gefallen. Sehr freundlich. Also, ich bin da mal so frei. Können wir ihn einfach so gehen lassen, Zidane? Müssen wir wohl. Wenn er die Sache so durchziehen will. Na dann, wollen wir uns doch auch mal auf den Weg machen, oder? Wollt ihr euch wirklich Margot gegenüber die Blöße geben? Ähm... Ja, wie schaut es mit euch jetzt aus? 40, 40, 40. Ich finde die Aufteilung, Aufstellung super. Futtern vor allem. Steinelein und Eiko muss gelevelt werden. Wobei, ja... Ich dachte ein bisschen an Magie. den Vivi gegen Steiner tauschen. Aber eigentlich gehört Lili mitgenommen, weil... sie noch so viele Bestie etc. zu lernen hat. Eigentlich... genauso wie unsere gute Eiko... Weil er aufs Maul hauen kann er auch... Na gut, er muss die Bitzen, ne? Weißt du was, lassen wir Steiner dabei. Lassen wir es einfach so. Äh, ich bin damit zufrieden. So, dann gehen wir es an, oder? So, dann gehen wir es an, oder? Alte Hochburg Ibsen. Hm... Was haben wir denn da Schönes? Eine Truhe. Einen Dolch. Niedlich, die erste Waffe, ne? Aquarius. Noch irgendwas sonst? Schaut nicht so aus, oder? Und die Gegner sind schon da. Oder die erste, oder was auch immer. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinkrieg. Äh... Äh... Ja, ansonsten geht es gleich wieder raus. Nanü? Was bist du denn für... Der Hund hat zwei Meuler. Das ist auch keine schlechte... Design-Idee. Kerberos, ne? Äh... Kürtenfell... Kerberos, ja. Ich denke mal, ich fahre super was durch die Bitzen. Und wenn es noch wieder lebt, tut man auffuttert. So. Schauen wir mal, ob es wieder lebt. Und wo? Vielleicht hält das aus. Ich bin entzückt. Ja, die steinste Blitz. Jetzt will ich mal einen Moment. Muss schwächer werden. Wer hätte das gedacht, oder? Ja, das lief nicht so gut. Das habe ich so aufgeregt. Der Stein hat gerade nur 200 Schaden gemacht. Hab ich das gerade richtig hinbekommen? Ich muss mich nochmal anschauen. Echt jetzt? Schwächer werden. ... ... ... ... ... ... Ich muss schauen, was du zusammenbringst, mein Bruder. Und zwar, ich würde sagen, das erste Mal Himmelswind mal heilt ist gut. Ich bin der voll schwer verletzte Heinrich, bin auch so ein Profi. Ich muss unbedingt schauen, dass Vivi mitkommt. Steiner muss ausgetauscht werden. Ich habe ertauscht, ich arbeite in den Schlaf. Geilo! Echt, das kann ich gar nicht anders sagen. Es geht ja voll schwer verletzt rein. Ich bin so ein Schlauch aus. Das ist das gut. Danke. Keiner. Ich bin gerade wirklich schockiert. Blaue Magie, Oggenschlag. Ach, das ist mir schon ein Schlag gemacht. Queen-Up-Pfeil, Kuhn-Blitz, Tausendstacheln. Tausendstacheln. Richtig, hä? Ja, da kriege ich noch ein Tausender, ne? Zelt geklaut. Gratuliert. Ich muss unbedingt noch mal raus. Ähm, das wird dann eben total, ja, verteilt. Ja, sicher bin ich so. Das ist logisch. Boah, damit hat es, ehrlich gesagt, nicht geregnet. Muss schwächer werden. Wie viel Leben hat denn der Kerl? Ich hoffe, ich habe es noch nicht geregnet. Okay. Was schon rum? Ist das richtig? Das ist weg, das ist vec mae, wenn er nicht geregnet hat. Schadensgröße Schockpulzen Senkt Angriffskraft Senkt Verteidigungskraft Senkt Zauberabwehrkraft Senkt Zauberkraft Ich würde sagen, senkt Verteidigung, oder? Verfehlt Das ist immer gut Das ist immer fein Das ist immer Wasser-Element-Schaden Das sind jetzt alle Entstellen und dann Können wir auch mal machen Feuerspuck Ich habe echt schockiert Ich müsste mal jemanden Achso, sie hat schon Ich habe jetzt geblügt Voll geblügt, ne? Ah, Entschuldigung So, Eta Jetzt gewechselt, null Nach hinten, oder? Das passt eh, warum steht sie vorn? Ah, Heiko spielst? Nicht nach hinten Oh, das ist auch das Groschenkript So, die beiden Magie wieder mal Überspuck Und damit Echt ein Geschmack Muss echt sein Und damit habe ich echt nicht recht Ich muss sonst stören, wenn ich es hatte, nichts noch Das finde ich gerade echt übel Und der sitzt Und wir müssen mal mitfressen Feuerspuck Feuerspuck Kack Echt, echt wirklich kack Er hat 3 oder 5, 6,000 Oder 10,000 Leben Keine Ahnung Wir kriegen jetzt klein Ich könnte noch Rein Rein Reinkarnat Play-In-Karnat Vielleicht so irgendwas So Wow Supi Wup, wup, wup Eicot Level ab erreicht Zwei Fähigkeiten erlernt Und, äh Ja, bin schon zufrieden Wir müssen hier raus Schleunigst Jetzt sag nicht Na Du Arsch Ich muss unbedingt vor ihm das Geheimnis des Siegels lüften Ich bin gerade schockiert Was mache ich denn jetzt bitte? Da muss uns Queen herausreißen Geht nicht anders Na super Wir legen an Die gute Eicot Die ist mit dieser Waffe hier schon mal fertig Das heißt Sie bekommt die Hammelflöte Bitteschön Die Mütze ist auch schon altmodisch Aber sie will keine neue Oder braucht nicht Besser gesagt So Die Mütze Vester Können wir Heiligenroge Willst du die Heiligenroge anziehen? Bitte nicht Und die Phönix Was ist los? Die Phönixdaune gegen Wir könnten die Federstiefel nehmen Für Leviathas Das machen wir gleich Das ist ein bisschen so Und ich glaube Steini Der gute Steiner glaube ich Wir ragen Ja toll Ähm Was mache ich denn da? Der ist eh wurscht Kann ich eh haben Der kommt da Ich verdrück mich gerade voll mit Ähm Das ist da was? Stahlrüstung Jetzt zieht das nicht an Du kasperst Stahlrüstung Und die braucht er auch noch Okay zurück Ich muss wieder Ich muss wieder an die Steuerung gewöhnen Entschuldigung Kein Wunder Wo ich es verkehrt habe So W-Ton anlegen Und der Zitane Durch Du hast sonst eh nichts neu Das mache ich denn immer Ich verdrück mich da die ganze Zeit So Das war Sargatanas Ähm Hier Haben wir nichts Hier Haben wir nichts Hier Haben wir nichts Und hier Haben wir Ah nichts Mhm Ich Ich bin schockiert Und vor allem Ich verdrück mich Das wird nicht besser Haben wir da irgendwas Was ist da Schild Elfen Was ist besser Schwarzgurt Das meint schwarzgurt So Dann nochmal Anlegen An Queen Die Bistro Gare Wird nicht besser Nein Aha das passt noch Die schweren Dingens Am Reif Wird an Ich verdrück mich So Den wollte ich Dass man Was lernen kann So Fressrube Die kann er haben Was gar nicht Der bringt ihm was bei Linden Echt 60 Sonst noch was Nein Natürlich Der bringt ihm gar nicht Passt Dann sind wir hier schon mal fertig Aber die Ability Ab noch Die Abilities So Da würde ich noch gerne Anlegen Linden Kommt jetzt was Regalier Diabetes Zielobjekts Okay Autopotion Nein Dann bin ich für Linden So Zurück Dann bin ich für den Rudel Steini Wilhelm Dell War jetzt da Trefferquote von physischen Angriffen Steigen Das wäre nicht schlecht Pestizid Haut in Lukas Kass Ach je Würde ich sagen Wenn man trotzdem Die Hentel Äh Ability Jetzt bei Zitane Auch Also er hat nichts Er hat nur einen Punkt Das bringt es natürlich nichts Linden Wo kein Herz Autopotion Wenn ich mal da Auch Linden So Wir lindern alles So Entschuldigung Und da sind wir jetzt auch schon fertig So Jetzt können wir weitermachen Na toll Mit dem habe ich jetzt nicht rechnet Na Das wird ein hartes Stück Kvina muss uns rausreißen Mit seiner Magie Und natürlich unsere liebe Aiko Ja servus Herr Mognet Mognet und so Steht zu Diensten Kubo An Kulmog Eine Briefe erreichen Bitte Oh wow Ein Brief Welch seltene Freude Hurra Kubo Von Mog an Kulmog Hey Kulmog Alles Kubo bei dir In den Blum unterhalten sich die Mogles gerade über nichts anderes Als wo denn die Mognetzentrale nur sein könnte Kubo Kein Mog wie weißes Kubo Du weißt es auch nicht oder? Gerüchten zufolge soll sie sehr schwer zu finden sein Und außerdem soll man auf normalem Wege nicht reinkommen können Nein, nein Ich habe gehört, dass man die Mognetzentrale nur auf dem Lücken eines Schokobo erreichen kann Kubo Diamanten Dingens Ich habe schon jetzt wenig Ich wollte gerade sagen, habe ich zu wenig Geld? Nein, alles okay Geierkettel Machen wir noch zwei Nimm ich einen mit Phönix Federn würde ich sagen Opa, dann nehme ich auch gleich wieder elf mit Echo Kraut Baldrieren Ja, die dritte Tropfen kann ich immer brauchen So Müsste eigentlich passen Und Zelten tun wir auf jeden Fall Es ist gut, dass hier ein Mogri ist mit Zelten und so Den werden wir öfters brauchen, fürchte ich Und wir tun noch gleich Weichern So Dann haben wir alles abgehakt So Sicher, sicher So Der hier drauf Bam, bam, ba, da, 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 da Die Firma dankt Für die So Dahin ist jetzt Ruhe Ich seh dich Na, nü Aha So dann Jawohl Katzenkralle Die ist dann für unseren lieben Mahagon Haben wir da irgendwas Huch Hm Gluck, gluck Gluck, gluck Ba, 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 ba Da, da, ba, 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 ba Huch Ich wollte mal schauen, ob hier noch etwas versteckt ist Weil Die Statuen, die wir da von oben sehen Also diese Skulpturen Ja so Die könnten ja was verdeckern tun Wie Ich Todes Urteil Fängt schon super an Die Was Was Die Zitale Warte mal kurz Vielleicht Ich Gehe Ich Wieder B Der fehlt Prima Äh Karfunkel Wird Vielleicht nicht schlecht Blaue Magie Hau, so ein Stachel! Hau, so ein Stachel! Ui! So, hi, Burscht, wie glaubst du? Ja, Steine macht was zum Schlechtschaden, verdammt! So, noch mal Fehlrehe, würde ich sagen. Pratze! Ich meine, die Flöte ist auch hübsch. Dann gibt's noch mal was, und dann würde ich auch schon mal fressen können. Und da schenkt mein Schutz. Weil er fliegt gegen Erdattacke nicht. Ich muss fressen auch. Natürlich muss ich schwächer werden. Ich meine, ich wäre echt doof. Wenn ich zu wenigstens bin, dann suchen wir doch einfach mal. Hier, Schlechtschaden. Lebensflamme! Mal schauen, was funktioniert. Nicht schlecht. Vielleicht ein Gugnitz, was kann werden. Für neutralen Element Schaden zu. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So. Ich habe überhaupt Schaden gekriegt. So. 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 Was ist denn los? Was hilft da jetzt gegen die Versteinerung und den scheiß Stein und Gips, die Goldnadel? Jetzt ist es wieder verfehlt. So langsam, ne, kriegt man bei den Kärnten aber wirklich mal Zustände. Ich bin gerade echt am Überlegen, weil das echt kackt läuft. Ich bin gerade echt am Überlegen, den Spielstand nochmal zu laden. Und es wächst eben auf Stellung, statt mit dem Steiner den Bibi zu geben. Ich glaube, das werde ich auch machen, weil ich werde da nur verreckt. Alle ausgelöscht, ja. Ergibt sich gerade von selbst. Das finde ich gerade nicht so super, ehrlich gesagt. Ja, Game Over. Ist mir schon klar. Das finde ich gerade überhaupt nicht toll. Das mache ich nochmal. Da kommt jetzt die Definitiv. Definitiv kommt jetzt der deretliebe, wie, wie mit. So. Und zwar hier der Spielstand. Gehen wir jetzt nochmal rasch rein. Ich kann es ja eh überhüpfen, überspringen. Da, usch. Nein, warte. Zuerst noch B. B. Mokri rufen. Schnell heilen. Das war mir auch nicht schnell. Selten. Nur selten, bitte. Vieles liebes Danke, Paun. So. Und rein mit uns. So. Das Ganze überspringen wir mal ganz flott. Bla bla. Bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla 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 Bläh, 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 bläh. So, ja, das haben sie gesagt. So, getauscht haben wir, Aiko passt, Queen er passt, jetzt müsste es passen, hoffentlich. Und gehen wir. Hui. So. Entschuldigung für den ganzen, unnützigen Aufwand. Habe ich, äh, vergessen. Aquarius, nochmal, noch Aquarius, nochmal. Jawohl, komm, nervig. Jetzt bin ich gespannt, jetzt müsst ihr besser laufen, laufen. Mit uns, wie wir. Ein klein, nochmal das Hühnchen, das wir haben jetzt ganz lieb, wegen Fähigkeit lernen. Ach, aber ein Mulle. Und ein Magen. Sorbet. Heißt, ich werde sehr allergisch gegen Feuer, der Agaras. Agaras. Ah, ich werde sehr... Ja. Ich werde ganz heilen, der Agaras. Ein Zelt haben wir geklaut. Nicht genießbar. Roll der Natur. Schutz, dass du nicht schade bekommst. Hm? Kann meine Gabel dann futtern? Keine Ahnung. Nein, du musst dich heilen. Mhm, das hat Schaden gemacht. Gips, das ist schlecht. Aber da müssen ja meistens die Goldnaben helfen. Schutz, das ist schön. So, vielleicht noch ein Feuiger. Muss schwächer werden. Na los, das geht sich aus. Bio. So, jetzt geht's wie wir ran. Ui, zack, brack. Das könnte jetzt nicht zu viel sein. Ja. Ja. In der Tat, das war zufällig. Wir rufen. Wir rufen Feuiger. Naja, nicht genießbar. Es fehlt auch. Ja, nicht genießbar. Ich bin ein Feuiger. Eisrad. Aber noch nie wieder Feuiger. Ja, das schaut schon jeden besser aus. Mit Bibi haben wir da echt. Wenn ich wäre, entgegen. Ich bin ein Feuiger. Ich bin ein Feuiger. Ja. Ich bin ein Feuiger. Ich bin ein Feuiger. Und ich bin ein Feuiger. Ich bin ein Feuiger. Wir bekommen die Karte Rathenwurz. Und einen Saphir. Und fast 6000 Gil. Und, 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 und. Wir laufen weiter. Ich will auch schnell zu Mogri speichern tun. Das wäre ein schönes Ende für den heutigen Part. So, Servus. Abermals Mognet. Das darf ich nicht vergessen. So, das passt. abermals shoppen wir möchten ich möchte einmal gehen wir kaufen einmal gehen hier kaufen da haben wir nur einen da haben wir nur einen da ist nur eins zwei da haben wir gar keins zwei reichen auch noch ein wenig schmieden ist ja phoenix fäderchen es ist eine form schon nicht viel gesagt aber schon einige verloren gehabt zelt müsste auch passen und natürlich das wichtigste steigern vielen dank speicherplatz 1 das war jetzt der hier das passt da kommt es noch mal drauf so perfekt sehr gut also entschuldige ich mich wieder abermals für das fehlen gerade vorhin aber jetzt läuft es gut dank unserem baby läuft es hervorragend und wir können hier weiter erkunden und natürlich auch viele viele kämpfe bestreiten wir brauchen level ups und natürlich neue fähigkeiten und ich muss noch umrüsten na gut ihr lieben ich bedanke mich wieder von ganzem herzen fürs zuhören fürs zuschauen wünsche ich einen schönen tag einen schönen abend je nachdem weil das video schaut und wir hören uns beim nächsten mal tschüssi